Es ist, das hier ist nicht gerade beruhigend. Nein, da sollst du gar nicht hin. Guck dir das da an. Blut. Mach mal die Kiste auf. Das können wir so nicht schaffen. Wie können wir dieses Gewicht nur anheben? Sehen wir uns einen Moment mal die Fakten an, Watson. Kein Geheimnis kann einem wendigen Verstand entgehen. Mhm. Mhm. Ah, hier ist eine Wande. Weiter. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Vielleicht muss ich das Ding erst füllen oder so? Das kann ich nicht. Ah, warte. Okay, kannst du bitte hier nochmal das anschubsen? So. Jetzt müssen wir es füllen. Ich wollte eigentlich hier auf die Fässer rauf und dann aber... Nein, das macht er nicht. Vielleicht? Moment. Moment. Nein. Holmes, du machst nicht narrisch. Genau, hier das Ventil auf. Darfst du das Ventil auch zumachen? Also. Du musst es halt... Falsche Richtung, Schatz. Das wurde wahrscheinlich so programmiert, dass es nach links, nach links, nach rechts, nach rechts geht. So. Weiter. Schön, Holmes, fein hoch da. Gut, dann mit dem Messer, das da durchschneiden. Ja, bravo, mit einem schönen gerollten R. Na, guck mal, hier sind Fußspuren. Watson, wir müssen diesen Ort sorgfältig untersuchen und jeden Stein umdrehen. Wir haben nur wenig Zeit. Hm, na, dann geh doch mal. Jetzt sagt er schon. Gott, Holmes, wo sind wir? Leise, Watson. Dieser Ort scheint lebendig zu sein. Und wachsam. Aha. Ich brauche etwas. Ich weiß nicht mal, was das da ist. Äh. So, ich moll mir die mal ab. Wenn ich Papier habe. Sieht gerade schlecht aus mit Papier. Mit Papier schon. Aber ich habe zufällig mein Handy hier. Das war jetzt natürlich clever. Können wir doch ein Foto machen. So. Gucken wir uns das an. Katzenhaare wegfusten. Äh, zurück. Ähm. Ich muss jetzt mal die an. Das. Vielleicht muss man die basteln. Also das. Zusammen mit. Das. Das. Ich sage es noch eher mit dem. Ist das passiert? So richtig sieht das ja nicht aus. Also auf alle Fälle Taster. Was denn? Also das ganz außen ist das. Zusammen mit. Zusammen mit. Das ist doch ein Zeichen. Oder wir drücken einfach mal alle rein. Das ist obviess falsch. Oh. Ich brauche etwas. Achso. Vielleicht. Das Ding. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Geht das nicht. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich könnte kotzen. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Hm. Oh. Oh. Heute Sport. Sport. Habe ich vergessen. Nein, warte. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Weil eigentlich wurde mir dazu noch abgesagt. Ähm. Ich bin verwirrt. Geh doch mal bitte nochmal hier hin. Vielleicht muss ich die wirklich der Reihe nach basteln. So. So. Und dann. Ähm. So. Zeig mir das mal. Also. So. So. Hören wir die alle nochmal raus. Ganz kurzen Moment. Okay. Weiter im Text. Also. Das sieht so ein bisschen aus wie... Dieses. Naja. Das ist dann nicht so richtig. Eher... Ich schau mal, ob auf der Seite noch eins ist. Dass es mir so aussieht. Nee. Nee. Naja. Dann vielleicht... Dann vielleicht doch das da. Was... Was... Hat sich... Was bewegt? Ich brauche etwas. Du brauchst etwas. Ja, das habe ich verstanden. Ich könnte schon wieder kurz... Was brauchst du denn? Junge. Was brauchst du? So was macht mich dann schon wieder nachrisch. Weißt du so... Er sagt mir, er braucht etwas. Du hast aber keine Ahnung, was zum Geier er eigentlich möchte. Und dann stehst du da. Hm. Hm. Na klar. Das ist eine Opferschale. Wir pappen da... Wir pappen da... Wir pappen da... Ganz einfach... Ähm... Dann... Was? Wir pappen da... Wir pappen da...